Wenn ihr am Ende der Bahn rollen lässt, wenn ihr in der Luft seitlich dreht, dann könnt ihr teilweise mal eben über die gesamte Map über die gesamte K-Klasse befinden. Ist ja aufgeschmettert! Heimagenten-Autos. Wir sind Spiode! Wir fallen übrigens. Wir fallen übrigens. Und? Und? Oh! Alles klar! Mein Stream ist auch wieder da! Oh shit! Du hast wie Freddy wieder Lackert und als erstes ganz vor- Hämmer mich jetzt explodiert, hä? Hä? Äh... Ach, Heidi, ey, keine Ahnung, du hast keine Kuppeln hier. Nee. Einen Falle. Ja, der Falle macht's Maul. Fick dich auf! Oh, lol, er packt auf! Yo, mach dich nicht! Sacklein, ich fahr jetzt mal haut am hell. Wie hat sich der weggeschleudert? Ich will ja nichts sagen. Das ist mega witzig mit den ganzen Polen hier. LOL, der glitscht ja richtig aus. Oh, die Sonne geht auf. NEIN! Warum bin ich jetzt... Hallo! Ist der denn Gromad denn, oder wie? Ich bin in der Mitte der Fahrbahn gespawn, bitte nicht anfahren. Nein, wir haben gleich alle Polen drauf. Was ist denn... NEIN! Ich hab ganz knapp so... Aua! Boah, ich hab's... Ey, das war gerade ne... Ey, das in der Ego-Perspektive wäre so... 着atet mich für heute, was mir zerstört. So harmonisch, sehe ich... Mit dem Verkehr. Aha! Ah, das ist schient... Au büy 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 büy... Oh ... Schöne ... Oh, Leute, die Faust gegeben, ey. Mein Geist ist zustandiert. Lauf dir auch mal rein. Bist du da hingelaufen? Ey, das sieht so mega geil aus, wenn ich denn so heilte. Ey, voll die Feuerflamme. Flamme an! Jetzt bin ich ja leid. Geh mal raus. Gut auch, ey. Nein! Nein! Du bist gestorben. WUH! Was ist hier los? Die unten. Warte, weil wir uns versuchen runterzunehmen. Moment, da ist ja irgendwie ne Strecke abgeschreckt. Oh! What the f***! Oh, will ich zu schießen? Oh! 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 Geschafft! Oh! Oh! Was zum F***! Was war das? Oh, der fliegt gleich runter. Oder? Oh! Oh, der fliegt ja. Oh! Oh! Du fällst bei mir... Das sieht so dumm aus wie eine Runde. Der leckt bei mir richtig hart. Mein Motorrad wurde voll umgefahren. Guck mal wo man am Bike ist. Guck mal, guck mal, guck mal. Hä? Hahahaha! Swat! Du leg... Oh Mann ey, sag mal, ich schnotze. Boah! Alter, ich bin voll aufs Stilt! Ich hab gedacht, das muss ich machen. Ja doch, das wird zur Knabberschast. Ja, ne, ne. Ja. Hahahaha! Hast du denn gemauert? Hahahaha! 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 Oh mein... Das bist du, Alter. Hahahaha! Hahahaha! Hahahaha, Hahahaha! 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 Du sass bei mir noch drauf ey! Hahahaha! Hoppla! Hahahaha!